Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Infovideo, hoffentlich kurz und knackig, zum 2, 3 neuen Reefactory Produkten. Ich werde es jetzt nicht ins Detail genau zeigen, aber mal grob drüber fliegen, damit ihr wisst, was man damit machen kann und was die Reefactory sich dabei gedacht hat. Ja, ich hocke mich mal hin, ist ein bisschen bequemer und ihr seht ihr schon aufgebaut, wir haben hier die neuen Mineral Holder, das heißt also sprich die Halterung für die von der Reefactory zur Verfügung gestellten Flaschen oder die Flaschen die halt KH sind, Strontium haben wir jetzt gerade in der 1 Liter Version. Für die kleinen Flächen gibt es das ganze auch und für große Flaschen in der Zweifachhalterung und für die kleinen dann hier auch 1, 2, 3, 4. Dazu gibt es dann jeweils neue Deckel und hier oben eine entsprechende Verbinder, wo ich dann den Schlauch mit verbinden kann. Bei den kleinen Flaschen ist das schon zusammengesetzt, dankeschön Reefactory. Bei den großen müssen wir das ganze selber noch zusammen basteln. Ja, da ist die Kappe drin, da ist der dementsprechende Stab drin. Zusammen basteln das ganze so, dass man halt hier den Verbinder hier oben festschraubt, dann kommt hier ist ein Stück Silikonschlauch mit dabei und dann könnt ihr das ganze dann hier oben verbinden und auf die Flasche dann aufschrauben. Ja, bei den größeren Versionen hier ist auch noch jeweils eine Schlauchhalterung fürs Becken mit dabei, damit ich dann dementsprechend hier meine Schläuche, wenn ich sie irgendwo separat anbringe, anbringen kann. Da ist allerdings eine Kleinigkeit, die mir halt nicht ganz so gut gefällt. Hier fehlt nämlich noch so ein bisschen was. Also gegebenenfalls müsst ihr da noch was unterfüttern, je nachdem oder auch nicht. Aber da könnt ihr eure Schläuche einbringen. Hier, das ist für die Zweifachhalterung und das ganze gibt es dann auch noch in vierfach, hier bei der Variante für die vier kleineren. Ja, also das Paket kriegt ihr dann dementsprechend dabei. Preise etc. pp. müssen wir mal gucken, ob ich das mit einblenden kann. Ansonsten findet ihr bestimmt was in der Beschreibung bei mir. Und ja, das erstmal dazu. Also dann könnt ihr euren Unterschrank zum Apothekerschrank ausbauen, überall diese süßen kleinen Fläschchen und direkt verbinden. Das sieht bestimmt richtig klasse aus, kann man bestimmt auch einen richtig coolen Aufbau mitmachen. Ja, gehen wir weiter. Powerswitch IFX4. Thema Verbindungsroutine überspringe ich, weil da hat sich nichts dran geändert. Das Einzige, was sich jetzt hier tatsächlich geändert hat für den Powerswitch, anstatt einrunden, habt ihr jetzt eine Steckerleiste. Auf der Rückseite sind, habt ihr eine Möglichkeit, Fliege, habt ihr die Möglichkeit, das anhand mit Schrauben an euren Schrank zu befestigen. Hier sind dann dementsprechend die entsprechenden vorgesehenen Löcher. So, jetzt reicht es aber. Was ihr wissen müsst, dieser Powerswitch lässt sich nur über die App bedienen. Wir haben zwar hier oben einen Powerschalter, der ist aber tatsächlich nur dafür da, um ein Reset durchzuführen. Entsprechende QR-Code findet ihr am Stecker, ansonsten nicht, beziehungsweise auf der Verpackung sollte er auch noch irgendwo sein. Nein, ist er tatsächlich doch, doch da ist er. Hier oben ist dann auch noch der entsprechende QR-Code für die Verbindungsroutine. Die blende ich euch nochmal oben mit ein. Sollte ihr es nicht getan haben, schreibt es mir in die Kommentare, damit ich das noch machen kann. So, und der Powerswitch hat halt jetzt den Vorteil, wir haben jetzt vier Stück. Ich glaube, Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu vier Einzelnen liegt, glaube ich, ein kleines bisschen besser. Und wir haben halt jetzt hier die Möglichkeit, mit den üblichen Einstellungsmöglichkeiten, die wir auch bei den Kleinen hatten, das Ganze halt auf vier Dosen zu, ja, darauf zuzugreifen und vier verschiedene Sachen direkt anzusteuern, wenn wir das möchten. Grundsätzlich ist es so, ich nehme euch mal mit aufs Gerät hier. So, sollte sich schon angemeldet haben, weil ich habe den schon integriert. Wie gesagt, Verbindungsroutine, das machen wir nicht mehr. Könnt ihr euch dann dementsprechend in dem Video anschauen. Dann gehen wir hier drauf und dann habt ihr hier unten die Zusammenfassung, Sockel A, B, Sockel C, D. So, was haben wir hier für Möglichkeiten? Das übliche, wir können einen Zeitplan programmieren. Wir können das Gerät manuell ein- und ausschalten. Wir haben die Möglichkeit, bei der manuellen Ein- und Ausschaltung das Ganze für eine gewisse Zeit hinzukriegen. Bin ich am Aufnehmen? Ja, Entschuldigung. Für eine gewisse Zeit ein- und auszuschalten oder dauerhaft. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, einen Zeitplan zu erstellen, das Ding umzubenennen, WLAN zurückzusetzen, auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und wir haben eine Einschaltverzögerung, die wir pro Sockel dementsprechend, seht ihr hier, ein- und ausschalten können. So, die Einschaltverzögerung ist sehr praktisch, wenn man das Ganze jetzt mit, meinetwegen hier einen Abschäumer dran macht und seine Pumpen oder was auch immer oder Geräte hat, die erst später anlaufen sollen, wenn der Strom zum Beispiel ausgefallen ist. Dann kann man mit dieser Anschaltverzögerung verhindern, dass, wenn einmal der Strom ausgefallen ist, der Strom sofort wieder an ist, dass alles sofort wieder läuft. Erstmal die Hauptpumpe laufen lassen, sodass das Technikbecken wieder den richtigen Wasserstand hat und dann nach einer gewissen Zeit kann man dann dementsprechend, das muss man dann selber ausmessen, hat man halt die Möglichkeit 30 Sekunden und dann im Minutentakt 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 45 Minuten, das entsprechende Gerät später anlaufen zu lassen. Und ja, was er natürlich auch kann, er ist, falsch, vollständig über für alle Geräte, die wir, die ich im Prinzip jetzt fast drin habe, für viele Geräte, sagen wir es mal so, Aktionen, Aktionen hinzufügen. Es lässt sich vom KH-Keeper, vom Smart-Tester, vom pH-Meter und von den Level-Sensoren dementsprechend jeweils immer diese Steckdose ansteuern. Also ich sage jetzt mal Smart-Tester. NO3-Wert, ah nee, haben wir ja nicht. PO4 unter, ist jetzt nur irgendeine Zahl. Dann, da unten ist der Power-Switch und jetzt habe ich hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Möglichkeiten auf ein gewisses Ereignis zu reagieren. Könnt ihr selber hier sehen, fortlaufender Modus einschalten, automatischer Modus einschalten, Strom zur angegebenen Zeit ausschalten, Strom ausschalten, Strom im angegebenen Zeitraum einschalten und Strom einschalten. Also Möglichkeiten sind hier sehr breit gefächert, funktioniert auch ziemlich gut, kann mich darüber definitiv nicht genug beschweren. Und ja, das war es im Prinzip schon. Wir haben dann hier, ist er eben in der Übersicht, bei den aktuellen Werten kann man dann sehen, ob er eingeschaltet oder ausgeschaltet ist oder wenn er einen entsprechenden Verlauf da drin programmiert hat, dass er zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich an- ausgehen soll, könnt ihr das natürlich auch in der Übersicht sehen. Und ja, was mich so ein kleines bisschen daran stört an dem Gerät, aber das habe ich ja Refractory direkt gesagt, als ich das gekriegt habe, dass man halt nicht wirklich hier an der Hardware das Gerät ein- und ausschalten kann. Also das funktioniert nicht. Hier ist zwar, wie gesagt, der Knopf da, der ist aber tatsächlich nur fürs Reset gedacht. Ja, da drüber resette ich das Gerät und ich habe hier oben noch kleine Kontrolllämpchen in rot. Darüber kann ich dann sehen, wenn ich es dann sehe, wenn ich einen normalen Stecker drin habe, ob der entsprechende Kanal geschaltet ist. Aber alles in allem, ja, Schaltsteckdose programmierbar im Smart Reef integriert und ja, Kostenpunkt blende ich euch dementsprechend mit ein. In diesem Sinne, ja, kurz, knackig, hoffe ich war es. Und habe auch nichts weiter zu melden für Refractory. Von daher, wacht mal, was noch küt. Und bis zum nächsten Video. Däumchen nicht vergessen, wenn ihr Fragen habt, Kommentare runter. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper. Ciao. Bis zum nächsten Mal.